Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meiner Kalinkas Küche und ich habe wieder meine Tochter Anastasia bei mir und die kommt immer nicht mit den leeren Händen. Hat sie jetzt gesagt, Mutti lass uns was Neues ausprobieren, weil die hat schon das zuhause probiert und heute machen wir aber trotzdem wieder neue Variante, weil wir dazu gedacht, wir machen doch einen Eiersalat. Ja genau, also es sind so, also mal Kartoffeln aus dem Ofen mal ganz anders gemacht. Sehr sehr knusprig, sehr sehr knusprig und dazu haben wir heute oben drauf einen sehr frischen Eiersalat. Wir erklären euch jetzt wie es geht und wir hoffen ihr macht das so nach. Ja, wir wünschen euch viel Spaß beim Videohinschauen und natürlich beim nachmachen. Viel Spaß! So wir nehmen uns ein Blech und den Kartoffeln haben wir schon fertig vor gekocht. Auf dem Blech gebe ich etwas Öl, dass die von unten Kartoffeln auch schön knusprig werden und werde die auf dem Blech geben und mit dem Glas zerquetschen. In dieser Zeit macht meine Tochter eine leckere Marinade. Wie können wir das machen? Dafür nehmen wir erstmal Kräuter de Provence, wir nehmen ein bisschen Pommes gewürzt oder wenn ihr habt Hähnchen gewürzt. So, dann ein bisschen Chili Cayenne Pfeffer, könnt aber auch normalen Pfeffer nehmen. Ein paar Chiliflocken, wenn ihr es scharf mögt. Dann etwas Pfeffer und Salz. Die Kartoffeln sind noch richtig warm. Es ist auch am besten die warm zu pressen, weil sonst wenn die so hart... Ja genau, es ist schlecht zu quetschen, wenn die zum Beispiel am nächsten Tag. Kann man, aber wenn die frisch gekocht und warm sind, es ist viel einfacher und besser. So. Ich habe jetzt noch Knoblauchzehen genommen und die gepresst. So und dazu nehmen wir jetzt noch Olivenöl mit dazu. Und so Kartoffeln kann man so ausrechnen, so zwei Stück pro Person isst man schon, ja. Deswegen Kartoffeln kann man so viel vorkochen, wie für wie viele Personen macht ihr das. Am besten ist alles frisch zu essen. Dann alles miteinander verrühren. So, das haben wir. Und jetzt werden die Kartoffeln bestreichen, dass sie 40 wird. Im Backofen habe ich schon auf 180 Grad Umluft zum Vorheizen gemacht. Also wie ihr seht haben wir das jetzt alles mit der Marinade besprechen. Ihr könnt das natürlich auch zu so einem runden Teig wie Teig formen, wie so eine Art Pizza. Das geht natürlich auch. Wir haben es jetzt einzeln gemacht. Weil man kann, also wir werden das jetzt überbacken im Backofen 25 Minuten. Dann wird es richtig schön knusprig. Die kann man dann sogar schon so essen. Aber wir machen ja heute so einen Eiersalat noch mit drauf. Ihr könntet jetzt auch danach noch Tomatensoße drauf machen, Salami, Käse. Also wie so eine Art kleine Pizzen überbacken. Oder halt als großes, rundes zusammen machen. Ja, das ist euch überlassen. Oder einfach so servieren und dazu einen grünen Salat. Ja, oder einfach nur einen Dip oder sowas. So, dann schieben wir das jetzt in den Ofen. Und in der Zeit werden wir den Eiersalat dafür zubereiten. Nun werden wir in den paar Minuten, wo die Kartoffeln im Backofen sind, unseren Eiersalat zubereiten. Dafür haben wir schon Eier gekocht. Die könnt ihr natürlich auch schon am Vorabend kochen. Und dazu dann noch Radieschen, frische Kräuter und das Dressing zeigen wir euch dann im Anschluss. So, wir werden alles recht fein schneiden. Also Mutti die Hälfte, dann nochmal vierteln. Oder so was. Wenn die grünen, die sind sogar noch. Dritteln oder vierteln. Genau, so richtig schöne, feine Stückchen sind. Dann lässt sich das schön auf den Kartoffeln verteilen. Und ich nehme die Eier, die würfeln wir auch recht fein. So, dass es recht fein ist. Und das geben wir alles erstmal in eine Schüssel. Erstmal verschnippeln wir uns, sogar Gemüse und Eier. Und dann zeigen wir euch weiter. So, wir haben alles schön geschnippelt. Also die Eier, Radieschen, Schnittlauch, Petersilie. Alles schön fein. Und jetzt machen wir das Dressing. Dazu nehmen wir Mayonnaise. Die ganzen detaillierten Angaben findet ihr alle unten in der Videobeschreibung. So, dann nehmen wir noch ein bisschen Creme Fraiche oder Schmand, was ihr gerade da habt, was euch besser schmeckt. Dann etwas Senf. So, dann etwas Essig. Also wir haben jetzt hier Apfelessig. Ihr könnt aber natürlich auch Weinessig nehmen, was euch besser schmeckt. Und ein paar Gewürze. Das dürft ihr euch auch selber ausleben. Wir nehmen jetzt Salz, Pfeffer, Paprika und ein paar Chiliflocken, weil wir das ein bisschen schärfer mögen. Da ist ein bisschen deutlicher Geschmack da. Ja, und das rühren wir jetzt einfach einmal um. Wir haben jetzt ein bisschen umgerührt und wenn euch die Konsistenz ein bisschen zu fest ist, so wie uns, wir mögen es immer ein bisschen nicht so fest, dann macht einfach noch ein kleines Schlückchen Milch rein. Immer mal nach und nach, bis euch sozusagen die Konsistenz gefällt. Könntet aber auch zum Beispiel Gurkenwasser nehmen, also von eingelegten Gurken oder sowas, wenn ihr sowas da habt. Und jetzt ist es sozusagen, dass ihr einfach nur mal abschmeckt. Ja, ich kenne jetzt so. Und dieser Salat fehlt gar nicht. Ah, exakt. Leif genug, Pfeffer, schärfer, sehr gut. Na, besseres Kompliment kann ich nicht kriegen. Können wir jetzt einfach zudecken und den Pühlschrank stillen. Und bis das Kartoffeln fertig sind, einfach ziehen lassen. Genau. So, liebe Freunde, wir haben unsere Kartoffeln 30 Minuten im Backofen gehabt. Und wenn ihr möchtet, ihn oben etwas knuspriger haben, macht ihr einfach Grill an. So, hol ich jetzt raus und duftet. Schaut, ganz toll. So, und jetzt können wir es servieren mit unserem fertigen Salat. Bisschen Deko, das macht Anastasia. Bitteschön. Ja, Dankeschön. Also ich nehme eine von den Kartoffeln und dann mache ich jetzt ein bisschen von dem Eiersalat drauf. Und ein bisschen Deko, zum Beispiel eine Tomate, ein bisschen Basilikum. Und so könnte man das jetzt richtig schön seinen Gästen servieren. Ja, und wir machen jetzt mal den Geschmackstest. So, so Mamatschka, dir gebührt der erste Bissen. War ja meine Idee, also. Wirklich eine leckere Kombination. Es kann man sagen, fast wie man macht jetzt den Kartoffelsalat mit den Eiern und so weiter. Nur mal ein bisschen anderes, weil es jetzt viel würziger tut, dass diese Kartoffeln aus dem Backofen. Wirklich. Einfach empfehlenswert, das nachzumachen. Und er könnte servieren, so wie er möchte. Fantasie ist unbegrenzt. Schmeckt auch sehr gut mit Avocado. Genau, das ist auch noch so ein Teil. Kann man mit Avocado machen. So, liebe Freunde, wir sind wieder mal fertig. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Guter Appetit danach. Und wir würden uns natürlich freuen über eure Kommentar. Daumen hoch. Und wenn ihr meinen Kanal weiter teilt, bin ich euch sehr, sehr dankbar. Wir wünschen euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.